Prismaplan hat immer noch die letzte Idee, um es noch besser zu machen. Was man in der Planung, in der Theorie gar nicht berücksichtigen kann, kann Prismaplan vor Ort teilweise noch mal eine Schippe draufsetzen. Wer sind Sie und was macht Ihre Firma? Mein Name ist Sebastian Maywald. Ich bin verantwortlich für den Belfut Group Gemeinschaftsstand auf der InterNorga 2023. Auf dem Belfut Group Gemeinschaftsstand haben wir fünf Marken. Das ist Hügli, das ist Bresk, Vogelei und Hilkona Food Service und The Green Mountain. Wie lange arbeiten Sie schon mit der Firma Prismaplan zusammen? Mit Prismaplan arbeitete ich seit 2019 zusammen. Es ging damals um die Ausschreibung des Belfut Group Gemeinschaftsstands auf der Messe Igeho in Basel. Und da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit Prismaplan gehabt. Und seit dem Tag arbeiten wir bei den großen Ständen zusammen und haben in diesem Jahr sogar auf kleinere Stände bis hin zu 30 Quadratmeter Ständen eine Zusammenarbeit mit Prismaplan gemacht. Welche Wünsche hatten Sie an den Messebauer? Ein Messebauer muss das bringen, was er versprochen hat im Vorfeld. Am glücklichsten bin ich, wenn der echte Stand so aussieht wie die Planung und natürlich, wenn die Qualität dann stimmt. Das ist bei Prismaplan immer der Fall. Es wird nichts versprochen, was nicht gehalten wird. Es kommt alles so wie geplant. Was hat Sie besonders an dem Messestand begeistert? Äußerst zufrieden. An dem Stand wackelt nichts. Wir haben einen Doppelstockstand hier. Es ist alles fest. Es fällt keine Ecke ab. Wir haben komplette technische Unterstützung. Wir haben hier ein Obergeschoss mit einer Springplanlage. Da wurde alles bestens verbaut. Wir entsprechen den Vorgaben der Messe. Insofern, ich bin sehr zufrieden. Wie fühlt sich für Sie die Zusammenarbeit mit Prismaplan an? Prismaplan hat immer noch die letzte Idee, um es noch besser zu machen. Was man in der Planung, in der Theorie gar nicht berücksichtigen kann, kann Prismaplan vor Ort teilweise noch mal eine Schippe draufsetzen. Wem würden Sie eine Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Von meiner Perspektive aus kann ich Prismaplan jedem Unternehmen empfehlen, jegliche Größe von Messeständen. Also von der kleinen 9 Quadratmeter Standfläche bis hin zu größeren Standflächen, wie wir es hier haben, zwischen 200 und 400 Quadratmeter. Prismaplan kann aus meiner Sicht alle Standgrößen bauen. Ich bedanke mich für das recht nette Interview mit Ihnen. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.